So, was ist hier passiert? Sie hat mich gehauen! Aber er hat angefangen! Er hat mir sein bescheuertes Laserschwert voll ans Bein geknallt! Was? Max, stimmt das? Du kannst doch deiner Schwester nicht mit deinem Laserschwert ans Bein knallen! Außerdem geht man nicht so mit Sachen um! Wenn du so weitermachst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass dein Laserschwert bald kaputt ist! Das blöde Laserschwert interessiert mich überhaupt nicht! Das hat voll weh getan! Lena, schrei mich nicht so an! Das war Notwehr! Du hast mich angegriffen! Sag mal, spinnst du? Wer ist denn hier einfach in mein Zimmer reingeplatzt? Aber könnt ihr nicht mal leise sein? Es ist doch kein Grund, auf deinen Bruder so loszugehen! Was soll ich denn machen? Er geht einfach nicht aus meinem Zimmer raus! Und wir brauchen hier echt kein Publikum! Siehst du, die lassen mich nie dabei sein! Max, die wollen halt unter sich sein! Aber deshalb musst du Max doch nicht wehtun! Ach, jetzt bin ich wieder die Böse! Ach, Quatsch, das sagt doch überhaupt keiner! Euer ständiger Streit kotzt mich an! Mit euch kann man eh nicht reden! Raus hier, Max!